Hallo liebe Mädels und Jungs, herzlich willkommen zu meinem Do-It-Yourself-Video-Naturkosmetik-Peeling-Tutorial. Als erste Zutat seht ihr hier das Bio-Olivenöl, das bekommt ihr in jedem Bio-Supermarkt. Als zweite Zutat seht ihr das pinke Himalaya-Kristallsalz, das bekommt man mittlerweile auch schon fast über. So ist es besser als herkömmliches Salz. Mixt dann im nächsten Schritt beide Zutaten zusammen, bis eine klebrige Paste entsteht. Zerreibt diese dann zwischen euren Fingern und tragt diese Peeling-Paste-Maske dann auf euer Gesicht auf. In kreisenden Bewegungen spart den Mund- und die Augenpartie aus, vergisst die Stirn aber nicht. Ja, so sieht es dann aus. Massiert das sehr schön ein, solange bis sich das richtig sauber anfühlt. Nehmt dann klares, reines Wasser, spült euer Gesicht ab, trocknet euer Gesicht ab. Für mich gab es danach noch einen coolen Green Juice, der ist auch gesund für die Haut. Bis dann ihr Lieben von Lalita Green.